Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung, Tobias und ich befinden uns auch immer auf der Reise Lego Dimensions, wohin auch die Reise hinführen. Wir sind bei den Teampacks angekommen, seit einigen Folgen schon und heute mit Scooby-Doo unterwegs. Wir bauen den Hund selber, werden wir wahrscheinlich nicht bauen, so wie es aussieht. Mal gucken. Shaggy ist dabei, der Buz ist dabei und was zu fressen für den oren Götter. Ja, der ja immer nur am Fressen war und ängstlich war und überhaupt. Der erste Kinofilm war irgendwie auch gut. Ja, der Kerstin war auch toll. Obwohl wir in diesem Themenpark waren. Der zweite war, habe ich gar nicht mehr geguckt. Garst du auf den zweiten? Ich glaube schon. Ja, ich glaube gerade auf den zweiten. Der erste war ganz okay. So. Es ist ja immer schwierig, einen Comic im Realfilm zu holen. Komm, wir geben ihm mal das kuchelige Gesicht. Hm. Shaggy. Achso, das ist da. So. Man hält das auch. Ist das ein Taschenlamm wirklich der Name? Ja, der fürchtet sich ja immer schnell. Ja, nur die beiden. Und die anderen dürfen nach den Fädeln. Sobald mir die Namen der anderen gar nicht einfangen. Ja, aber die sind auch toll patschig beide. Toll und patschig. Das war es schon. Ja, das war die Einleitung. Brauchst du nicht hoffen, dass da noch mehr drin ist? Vielleicht haben sie sich irgendwann zum Besseren belehrt. Und die hat reingetragen. Nein. Nein. So. Ich darf natürlich den Burger machen. Oder was das auch immer ist. Ich weiß nicht den Burger, weil ich immer so viel esse. Gott sei Dank, dann darf ich dir einen tollen Bus machen. Genau, richtig. Dann fände ich mich ganz gut. Ich kann schon mal anfangen. Genau. Genau, ich mach schon mal fertig. Äh, ja. Bei zwei Pads hältst du zwei Grün oder ist das beige? Wenn wir keinen Grün haben, nimm es beige, würde ich sagen. Komisch. Also, ich assistiere dir natürlich. Wenn du es näher brauchst. Jetzt ist es weh, ja. Jetzt ist es doch. Ja, man muss noch mal genauer hinsehen. Ja, genau. Tätig. Ja, dann macht der Kontrast doch was weg. Grün. Ja. Wo ist das heute drauf? Also. Muss ich das jetzt immer so machen? Aber cool. Das ist cool. Deswegen haben wir es auch auf dem Pad gemacht, damit wir die Farben mal kennen. Ja. Und wobei das auch nicht so aufsteckt. Ja, wenn der Monitor justiert, kann das nach alles möglichem aussehen. Ja, stimmt auch. Wobei ich nicht weiß, ob das am iPad möglich ist. Bestimmt auch. So ein Debug-Modus oder so. Nee. Ich komme noch außen dürft landen. Hab ich doch. So, und jetzt hier außen noch. Okay. Das ist quasi das bisschen Salat. Ja. Flamme, da gucken wir jetzt nicht. Ja, Flamme gucken. Ja. Komm schon, so schwer ist das nicht. Du brauchst ja nur noch rum. Jetzt brauche ich nur noch rum. Ja, richtig. Muss ja auch viel sein. Die Frage ist, was hat dieser Snack im Spiel für eine Waffe. Stimmt. Du kannst als Plattform benutzen. Darum höher zu kommen, wahrscheinlich nicht was. Das ist eine Möglichkeit. Vor allem, bounce das dann auch so. Ja, genau. So ein Trampolin. Das ist schon das Ende. Wahnsinn. Das Ende von was. Ey. Das mach nicht mit, das Ende. Das ist so. Ich brauche mein Auto, Schatz, dass draufkommt ein Snack. Ja, das war's. Das war die Snackbar. Das ist doch mal ein Snack für mich. Mundart weg, ja. Genau. Hier, wie gut. Jetzt wird es aber wissen, oder? Ja. Wenn man richtig. Okay. Okay. Dreh. Das war auch ein schönes Kuhlen, finde ich. Ja, hat was. Das ist so der Falsche. Achso, alle gleich. Okay. Okay, nächster. Da kommen jetzt die Blümchen rein. Und die wird wieder. Ja, Flower Power. Flower Power, so muss das sein. Okay. Oh, schon die Reifen. Die sind schon fertig. Oh Gott. Filter sind da. Da ist noch keine Stabilisierung drin. Oh Gott, die blieben hier einfach raus. Komm, denkt man, man sei am Ende. Achso, die. Ja, genau. Jetzt kommt's. Ja, jetzt. Jetzt. Okay. Ja, wieso? Auf der anderen Seite ist das schon fertig. Nein, das ist noch nicht da. Wie? Echt nicht? Nein, siehst du doch. Das ist ja offen. Krass. Ich kann sehen, ob man das jetzt aufweiten. Ja, natürlich wird es da nicht hinkommen, aber es ist noch nicht da. Ja, weil da noch was draufkommt. Ja. Siehst du? Gut, dass wir es nicht draufkürzen. Wir hätten uns jetzt tierisch geärgert. Natürlich. Aber wir haben ja auch unser Profilwechsel. Was in dem Moment gar nichts gebracht hätte. Doch. Bringt immer was. Okay. Der Bus ist wirklich cool. Aber da fehlt noch was. Oder? Bleibt das offen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah ja, alles klar. Kann es weiter machen. Das wird jetzt. Genau. Okay. Nächster. Das ist ein schöner Mann. Ja. Der ist wirklich hübsch. Das lohnt sich allein schon. Nur zum Hinschauen lohnt sich das zu holen. Ich mag diese kompakte Bauweise. Finde ich unglaublich klasse. Nächster. Ja, noch mal Blümchen. Also wenn ihr Deko braucht, haut euch Lego-Sei-Menschen. Wo ist das jetzt her? Von hier unten. Von da unten, ja. Okay. Ein bisschen filikran ist es schon. Aber man muss halt dann, wenn es einmal fertig ist, ist es halt fertig. So ist es. Da fehlen auch die Lichter vorne, ne? Ne, jo. Achso. Vorne. Fert sich nicht. Wird schon sagen. Da fehlt da. Licht. Ohne Licht fährt sich es nicht. Und das war es auch schon. Wahnsinn. Wahnsinn. Zack, zack geht das. Cooler Bus, ey. Der ist echt cool. Hammer. Den gefällt mir gut. Der gefällt mir auch richtig. Speed Building. Ja. So, mal was. Ist das nichts? Ist das noch was? Das ist was. Auf jeden Fall. Hammer. Ja, dann kommen wir schon beim nächsten Mal zum letzten Themenpark. Alles klar. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.